Hallo meine kleinen Zombies! Ich habe mich mal in einem Projekt versucht, ohne Anleitung, ohne irgendwas. Deswegen wird das hier kein Tutorial-Video sein, sondern nur ein, ja, schaut mir beim Basteln zu. Und zwar habe ich hier so eine Box gebaut mit einem Kaugummi-Automaten. Und hier oben kann man das reinfüllen. Perlen, Süßigkeiten, was man möchte. Ich habe jetzt nur zur Demonstration ein paar Perlen reingemacht. Und die kommen dann hier unten aus der Klappe raus. Und die kann man sich dann rausholen. Ich dachte, das ist vielleicht ganz niedlich für einen, ja, als Goodie, wenn man ein paar Perlen, ein paar, also wenn man richtig viele Perlen oder so verschenken möchte. Oder, ja, Süßigkeiten. Ja, und wie ich das jetzt gemacht habe, seht ihr jetzt. Viel Spaß bei dem Video! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.